Ich bin Hermine Granger. Ach, äh, und du heißt? Ich bin Ron Wusley. Sehr erfreut. Du hast Dreck auf der Nase, weißt du das? Sieht nicht schön aus. Du wirkst etwas angespannt. Ach was. Dracarys. In dem Lehrbuch der Zaubersprüche, Kapitel 7, ist das nachzulesen. Das ist Romilda Vane. Offenbar will sie dich mit einem Liebestrank rumkriegen. Wirklich? Hey, sie will nur was von dir, weil sie denkt, du wärst der Auserwählte. Aber ich bin der Auserwählte. Okay, entschuldige. Wann fährt's? Ich, ich frag jemanden, den ich gern hab. Jemand Cooles. Potenziell problematisch. Potenziell problematisch? Au, das sieht echt schmerzhaft aus. So schmerzhaft, dass sie es vielleicht abnehmen. Das kriegt Madame Convery in einer Sekunde wieder hin. Zu spät. Es ist kaputt. Es muss abgenommen werden. Ich setze dem vorher ein Ende. Ist das Terminegranger mit Victor Krupp? Nein. Nein. Nein, auf keinen Fall. Du kannst Ronald sagen, dass... Ich bin keine Eule. Bitte. Er ist mein Sohn. Mein ältester Sohn. Lasst ihn gehen und ich schwöre, wir vergessen das alles. Ich schwöre es bei den alten Göttern und den neuen. Wir werden uns nicht dafür rächen. Meine Kotze ist versteinert worden. Ich will, dass einer bestraft wird. Nehmt mich als Geißel. Aber lasst Rob gehen. Rob! Steh auf. Steh auf und geh hier raus. Bitte. Bitte. Du hast meine Katze ermordet. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Das ist komplett bescheuert. Ja. Schon, oder?